Ich bin dankbar und freue mich darüber. Meine Sternzeichen-Kolliers sind da, von mir selbst entworfen und gezeichnet und dann nach meinen Entwürfen handgefertigt. Für jedes Sternzeichen gibt es ein Einzelstück aus Edelmetall vergoldet und mit einem kleinen Kristall im Diamantschliff. Ich zeige euch das hier mal. Das ist der Löwe mit dem fünften Haus und ich selbst trage den Steinbock. Da ist der Stein im zehnten Haus. Und der Halsreif gehört dazu, damit die Colliers schön sitzen. Ich bin so dankbar und froh, dass ich dieses wundervolle Produkt mithilfe meines tollen Teams erschaffen durfte, was meine Ideen so genial umgesetzt hat. Zu jedem Sternzeichen gehört ein Mantra, das ich den Schmuckstücken sozusagen mitgegeben habe. Und dieses Mantra stelle ich euch am Beispiel des Sternzeichens Stier vor. Das Video ist jetzt online. Alle Infos zur Bestellung habe ich hier hinter dem kleinen i verlinkt und ihr findet sie auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich total freuen, wenn ihr nun Lust bekommen habt, euch mit dem Collier zu schmücken und energetisch mit eurer kosmischen Gabe zu verbinden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mich dazu inspiriert habt, diese Schmuckstücke für euch zu gestalten. Das hätte ich mich nie getraut, wenn ich nicht meinen YouTube-Kanal hätte, wo ihr mir immer so ein tolles Feedback gebt und an mich glaubt und an meine Art, euch die Astrologie nahe zu bringen. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute mit den Sternen.